Und damit ein herzlich Willkommen hier bei den Förstern. Ja, wir sind heute hier in dem kleinen Forest, um ein paar Bäumchen zu fällen und uns ein Hütchen zu bauen und vielleicht auch noch den ein oder anderen Kannibalen niederzumetzeln. Ja, und mit dabei ist natürlich der Wardo und der Neon oder auch Waldschrat 1 und Waldschrat 2. Und ja, ich würde sagen, hallo, herzlich Willkommen. Guten Tag zusammen. Wo bist du eigentlich gerade? Ich stehe hier auf unserem schönen Balkon. Wir haben ja schon mal ein bisschen vorbereitet hier in dem Spiel. Ja, ich bin kurz rausgeflogen aus dem Server, kurz wegen Inaktivität, glaube ich. Du bist wegen... Oh, das ist nicht so gut. Aber ich lade jetzt natürlich wieder ganz schnell, mit schnell und aufmerksam. Und Waldmannsheil und Achtung, warum fällt, würde ich da sagen. Ich kombine hier gerade mal ein bisschen. So, 91 Prozent und 100 Prozent. Wir sind ja schnell. Ja, machst du aber schön. Oh, wir können das... So, oh. Äh, Space to... Ich habe jetzt gerade die Intro-Sequenz wieder, die ziemlich laut ist. Die kannst du mit Leertaste wegdrücken. Aber ich... Ich schlafe aber jetzt erstmal. Da ist der Wardo. Ich aber. Nein, kann ich auch nicht. Du musst zu mir hochkommen. Kann ich nicht. Ich sehe dich nicht. Doch, ich sehe dich. Es ist Nacht. Kommst du mir runter. Nein, ich bin noch nicht verrückt und gehe jetzt in der Dunkelheit da runter. Dann gehe ich so lange raus, bis Tag ist. Nein, dann komm, äh... Du siehst meinen Namen. Wenn du nach rechts guckst, sobald du gleich wieder etwas siehst... Verrückt, ich gehe doch nicht da raus. Doch, das ist nicht weit. Es ist hell hier. Ja, komm doch runter. Oh Gott, dann kann ich dich halt abholen. Hallo, Rhea. Alles klar bei euch? So, äh... Ich mach mal das Feuer ein bisschen heller, dann siehst du mich vielleicht. Ich bin ich. Ich hab Angst. Ich komm zu dir rüber gelaufen. Gelufen. Miete Feuerzeug in der Hand. Hier. Ich seh dich. Guck, guck. Hi. Komm raus. Ich hab Angst. Ja, komm raus jetzt. Warte mal, da hinten war was. Wir sind Förster, komm raus jetzt. In dem Kannibal, was euch geweilt. Komm jetzt raus. Äh, hallo? Kommst du? Wir frieren gerade uns den Arsch ab. Kommst du jetzt endlich mal raus? Ja, ich komm nicht. Ich hänge. Äh, wir sollten uns beeilen. Da kommt gerade wirklich Kannibar. Warte, warte, warte. Ich kann nicht laufen. Wo bist du? Ich will dich nicht. Rechts, äh, links. Rechts, geradeaus vor dir. Hier. Lauf. Wie kommen wir halt wieder oben? Wie kommen wir da oben? Ey, bleib du. Ey, lass mich als erstes noch bitte. Ja, dann geh da als erstes noch. Wenn du oben angekommen bist, beweg dich nicht. Erst, wenn du wirklich gerade stehst. Und dann gehst du einen Schritt nach vorne. Jetzt geh hoch. Schnell. Ich versuch's. F-Taste oder so, ne? E oder F. Ja, ich versuch's. Es geht nicht. Es geht nicht. Mach mal an der Seil, du Faust. Geh an der Seil. Geh an der Seil. Geh an der Seil. Geh an der Seil. Du musst runtergucken und e-spammen. Am Seil runtergucken und e-spammen. Ja, ich mach das noch die ganze Zeit. Da, jetzt hoch mit dir. Du kommst schon aus dem Boden rausgekrochen. Mach mal oben. Alter. Alter. Jetzt bleib oben stehen. Beweg dich erstmal nicht, bis er oben steht. Ja. Weil wenn du jetzt stehst, kannst du nach vorne gehen. Dann fällst du auch nicht runter. Wir haben's geschafft. Ich muss was essen, sehe ich gerade. Ich verhungere hier gerade. Und ich habe natürlich nichts im Inventar. Wow. Hast du nichts? Nein, ich habe nichts mehr im Inventar. Ich kann dir auch nichts geben. Das ist doof. Mehr im Inventar. Das ist richtig doof gerade. Ich kann dir auch nichts geben. Das ist... Ich habe aber Continue gedrückt beim Eingehen wieder. Eigentlich hätte er doch speichern müssen, oder nicht? Eigentlich schon, ja. Ich habe jetzt nochmal gespeichert. Und... Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, 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 oh. Hörst du die Musik? Diese Töne? Ich höre gar nichts. Wir haben Besuch. Ich höre was. Echt? Ich habe gar nichts. Oh, oh. Oh, oh. Ey. Ah, da rechts. Da rechts sind sie. Ich sehe sie. Daher, guck mal, der Flutscheinwerfer. Guck mal, da rüber. Da rät sie. Ich kann nicht. Doch, komm raus. Unter uns. Jetzt. Da, am Baum klettert einer hoch. Am Baum. Da, vorraus. Voraus. Hey, Alter, alles klar. Boah, Alter. Ich glaube, wir müssen kämpfen gleich. Ja, ja. Locker bleiben. So. Da, guck mal, da ist der Flutscheinwerfer. Das ist so geil. Ich bin tief, ey. Voll der Junkie. Und bin vielleicht geraucht, ey. Ey, das ist so krass. Das Problem. Bei uns. Alter, fall. Da hast du einen Schatten, Junge, ey. Das sagst du. Wie war das? No risk, no fun? Ich bleibe hier. Ich bin die Verrückung. Dammt, ey. Wir fangen gerade an und dann eskaliert das so, ey. Wir spielen gerade mal fünf Minuten. Das ist echt unschlau, oder? Boah, die kommen, Alter. Ey, die stehen direkt unter mir. Der mit dem Flutscheinwerfer steht unter mir. Boah, wann ist Tag? Warte mal, warte mal. Drenia hat der Trick siebte. Moment. Komm rein. Machst du jetzt Gottmode? Nee, nee. Drenia hat den Mann und Toff. Ja! Drenin! Ja, ich sehe ja gerade keinen. Die sind unter mir. Ja, unter uns bringt aber nix. Da sind sie, die Sau. Stirbt! Ja, einer brennt! Es brennt einer! Unter uns. Ich sehe ja deinen Baum hier unter uns. Da hinten brennt er. Da hinten brennt er. Da hinten brennt er. Und er ist tot. Er ist tot. Burn, Baby, burn. Yes. Oh, ist das geil. So, noch ein. Mon und Toff. Ha, brenne! Brennen! Und brennen! Ich habe vom Förster sowas gerade nicht zu tun. Komm mal runter. Ey, guck dir das mal hier an. Die verbrennen hier. Und, ah, Vater. Beinahe hat das Reh gebrannt. Ja, da läuft er. Die tut die Olles. Ey, da ist so eine Olle. Die ist wahrscheinlich spitze auf uns. Verstehst du, was ich meine? Sie ist spitz. Ach, was, Lumpi. Dann machen wir jetzt nochmal. Burn, Baby, burn. Das passt ja auch so schön. So, wo bist du? Madame, komm her. Ich habe einen Jack Daniels für dich. Ich habe einen Jacky für dich. Boah, was geht ab, ey? Ich sehe aber gerade keine. Boah, doch. Die sind direkt über. Die sind überall. Ich höre die überall hier rumschreien. Da unten. Da, brenne! Die schlagen sich gerade gegenseitig. Ja, cool. Ja, sie brennt. Sie brennt. Boah, learn basic of survival. Press B to... Ja, du kannst dir mal in Ruhe B durchlesen und gucken. Mach ich gerade mal. Dann kannst du dir... Ach, verdammt. Brennt nicht mehr. Boah, no energy. Eat something or get some rest. Kannst nicht. Fücklein ist auf meinem Arm gelandet. Ach, wie süß. Bei mir hältst du einfach nur einen Finger in die Luft. Ja, da war ein Fücklein drauf. War voll cool. Also, ich habe gerade wieder einen sehr krassen Sound gehabt. Ich glaube, die... Die sind noch alle da, ne? Ja, ja. Da ist der Scheinwerfer. Da ist der Flutscheinwerfer. Und der... Ah, verdammt. Daneben geworfen. Boah, das ist so mies, ne? Dass ich echt alles verloren habe in dem Wetter. So, ich gehe mal runter. What the fuck. Eins, zwei, drei. Ich gehe mal wieder hoch. Ey, ich bleibe oben, ey. Boah, boah, boah. Alter. Ernsthaft? Aber ich gehe jetzt wirklich runter, weil ich keinen Bock habe, jetzt so lange zu warten. Und ich muss dich retten, weil du brauchst was zu essen. Ah, ihr Schweine. Ich warte hier. Ich bin nicht verrückt. Nimm's. Einen habe ich abgeblockt. Jawohl. Ja, kannst du das Schauspiel angucken. Gaube ich nicht so recht. Bitte, das ist ein Reh. Ich sehe dich. Ah. Gib ihm. Gib ihm. Ja, ich muss... Das ist ein Reh hinter dir. Ja. Ja, gib ihm. Mein Platz. Gämms, Junge. Ah, nein. Nein, ich bin tot. Nein. Ich bin tot. Und jetzt? Im Flugzeug. Wollt ihr mich verarschen? Ich bin im Flugzeug. Ich werde im Flugzeug respawned. Deppert. Ja, und jetzt? Alter Falter. Boah, ist das assi. Ist das assi. Hast du nix mehr, wa? Ich hab gar nichts mehr. Ich hab keine Achsen. Ich hab gar nichts mehr. Boah, das ist mies. Ja, kurz vorhin. Sag mal, können wir vielleicht auch auf einen veganen Server schalten? Erstmal zum Bauen. Ah, doch, doch, weiß ich gar nicht, wie man das macht, wenn ich ehrlich bin. Und zweitens, es wäre langweilig. Das Problem ist jetzt einfach nur, die sind jetzt alle unter dir. Ja. Und mein Inventar liegt da hinten. Kann aber nicht runter. Die machen mich kalt. Ja, das ist es halt. Ich sterbe so oder so, weil ich verhungere gerade, weil ich hier nichts zu essen gar nichts habe. Ja, das ist bei mir auch so. Das finde ich sehr gut. Also, wir sind Profis. Ja, wir sind richtige Profis. Wir sind definitiv Profis, muss man sagen. Also, ich muss ehrlich gestehen, ich hab das Spiel jetzt wirklich, bis auf jetzt gerade davor, einmal diese fünf Minuten, die wir getestet haben, ob die ersten Aufnahmen, ob das überhaupt funktioniert, hab ich das Spiel noch nie angefasst. Und wenn ich ehrlich bin, dann hab ich, oh, da jetzt vielleicht ein, zwei, drei Folgen, let's play, da keine Infos über dieses Spiel oder wie es überhaupt funktioniert. Ich weiß nur, es gibt Kannibalen und die sind doof. Ja, es sind nicht nur Kannibalen, die jetzt doof sind. Es gibt da jetzt viel mehr, was doof ist, glaub mir. Oh, okay. Ich hab echt keine Ahnung. Äh, wie war das? No risk, no fun, oder wie war das, ne? Ja, halt auf. Panzer! Ach, ich hab ja kein... Das ist ja super. Ich hab ja keine... Ausdauer. Oh, oh. Oh. Ich hab aber einen Stock, hab ich. Ich hab ne Angst. Ich hab einen Stock. Bams! Mit dem Stock, ob du... Ob du Kopf hier hauen. Das ist jetzt die Erdwinsprügel. Haha, ich hör das, ey, ihr Bock. Ja, du schaust das. Komm, rauf, rauf, rauf. Ah, da bist du. Rechts. Wo ist denn meine Leiche? Hier liegen Zähne. Weiter hinten, weiter hinten, weiter hinten. Ach, da liegt meine Leiche. Hallo, Leiche. Ich hab meine ganzen Sachen wieder. Gut, dann komm hoch erstmal. Ich würd sagen, wir warten. Die brennen da gerade. Haha, die brennen da gerade alle. Ist das nicht schön? Ich würd dir echt raten, komm erstmal hoch. Ne, ich sammle jetzt erstmal Zähne auf. Boah, ey, hier ist ja voll das Zähnelager. Alter Falter, ey. Boah, rechts von dir ist was? Äh, nicht nur rechts. Komm her, komm. Springt mich an. Springt mich an, ihr. Komm, springt mich an. Und du verbrennst. Dumme Nuss. Könnte man nicht irgendwie schlafen gehen? Wie war das nochmal? Ja, aber ich glaub, da müssten wir ein bisschen mehr bauen. Da müssen zwei Häuser stehen, dass beide schlafen können. Ah, okay. Deswegen, jetzt müssen wir erstmal hier. Komm, Verbrenner. Komm, spring hier rein. Komm, komm, spring ins Feuer. Komm. Komm, ja, lass. Attackier mich. Und da verbrennst du. Ah, Vogel. Ja. Ja, genau, sammeln. Ich bin hier erwischt. Komm her, komm wieder her. Oh, hier oben bist du echt gut, um Fügel zu töten. Wir bräuchten einen Bogen. Dann hätten wir voll viele. Ich ess grad das. Mach mal nochmal. Alter, das braucht man. Bogen braucht man, glaub ich, diese Stücke. Es wird wieder hell. Es wird wieder Tag. Ja. Es wird wieder Tag. Wir haben's geschafft. Wir haben die Nacht überlebt. Aber ich höre immer noch irgendwo. Ja, recht. Ja, da, da, links von mir. Na, zwei Stück. Ja, die sind da grad die Leichen am futtern. Na, du. Olle Funz. Äps. In de Cop mit der Axt. Bogen, zähl. Freu die ins Gesicht. Also, du kannst gerne runterkommen. Es sind nur noch zwei Stück. Oh, ich warte, bis du die ja mal weggeräumt hast. Ich bin da so frei. So, jetzt ist es nur noch einer. Na, wo ist das Letzte? Das ist auch gar eine Frau. Und die wollte ich dir eigentlich überlassen. Ja, extra für dich. Oh, der Wokoschee, aber weg, moi. Oh Mann. Ich komme. Die Furster reden am Rad. Hier liegen so viele Zähne rum. Alter, Fall. Oh, ich hab einen Lock aufgehoben. Ey, hier ist er. Wo bist du? Wo bist du? Ich seh dich nicht mehr. Genau, die Olle. Hau drauf! Bäm's! Aua! Bäm! Hast du sie? Nein, ich bin fast tot. Hab's aber. Da hinten ist noch einer. Hier, komm, greif an, du doof. Oh, ich seh ihn nicht. Da. Da kommt Gollum. Komm, Gollum. Das sind so... What the fuck? Komm, komm, komm. Und? Da kommen, ey, ey, da kommen hinten noch zwei. Ja, ja, ja. Drei. Übernimmst du sie? Ja, ja. Da sind drei. Ja, 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 komm. Komm zu mir. Einfach, einfach rechte Maustaste halten. Halt die rechte Maustaste gedrückt. Halt die rechte Maustaste gedrückt. Halt die rechte Maustaste gedrückt. Bäm, Alter. Halt die rechte Maustaste gedrückt. Nein! Nein, da war noch einer von hinten. Ja, ich hab doch gesagt, halt die rechte Maustaste gedrückt. Das ist der Imba... Das ist der Imba-Abwehrkampf. Wo ist meine Axt? Das ist so... Das ist alles hier. Das liegt alles hier. Ich will nicht essen. Ich kann nur looten. Du musst einfach nur drüber laufen. Dann lootest du den komplett automatisch. Warum sollte ich? Warte einfach, bis du fertig bist. Das... Äh, du weißt gar nicht, was hier gerade abgeht. Weiß doch. Ich kann's... Ja, ich hör's. Es sind acht... Acht, neun... Wow! Da kam einer angeflogen. Alter, ey. Verarsch mich nicht. Ich hab keine Axt, ehrlich, mehr. Keine Axt mehr. Ja, das liegt alles hier. Soll ich die wegprügeln? Ohne Waffen? Äh, einfach einen Stock aufheben. Da hast du einen Stock und damit kannst du blocken. Ich mach mal erst mal das Futter hier. Alter... Au, 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 au! Ich bin tot. Ich verbrenne gerade. Äh, ich verbrenne. Dann formen wir gemeinsam hier und dann prügeln wir uns da so durch. So Budspenzer-like. Oder ist das schon Zeit für ne Pause? Äh, wir haben 15 Minuten gerade. Ich glaub aber, wir fangen dann nochmal von vorne an. Weil, wenn du mal hier guckst und da rüber guckst... Oh, ne, danke. Ich seh's. Äh, das sind so eins, zwei, drei, vier, fünf... Und da kommt die Olle jetzt und ich kann nix tun, weil ich nix habe und sie greift mich an. Aaaaaaah! Hallo Reh, helf mir Reh. Ich hab einen Stock. Ich habe einen Stock. Da kommen noch zwei. Drei. Hinter dir. Ja, ich weiß. Au, au, au. Bist du weggemäht. Aua. Die laufen wie Primaten. Ja, das sind die Gollums. Ich guck mir das Ganze mal in Ruhe an, ne? Au, au. Alter, aua. Lasst mich in Ruhe. Ich hab euch noch nix getan. Oh mein Gott. Okay, also, hier sind echt schwerwiegende Probleme, ne? Leichte Turbulenzen, würde ich sagen. So, ich hab meinen Loot. Ich hab meinen Loot. Ich hab meinen Epic-Loot. Ah, die kloppen sich gegenseitig gerade. Ab nach oben. Kletter, 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 kletter. Ah, ich hab's geschafft. Bleib hier im Flugzeug, erst mal. Ich bin oben. Ich lebe. Ich komm nicht raus. Wir sind beim Flugzeug da vorne. Was mach ich jetzt? Ich lebe. Ich lebe. Super. Ich hab aber nur noch einen Müsli-Riegel, den ich gerade gegessen habe. Was jetzt? Ähm, ich bin dafür, wir machen... Ein Päuschen? Äh, ja. Der andere weiter. Und ich glaub, wir fangen nochmal von vorne an, weil, ähm, dann verstecken wir uns vor denen. Wir laufen dann direkt erstmal einen halben Kilometer weg, looten den ganzen Boxen und, äh, weil, ich glaub, das hat hier keinen Sinn mehr. Das sind so viele, dass wir gar keine Chance mehr haben. Also, äh, liebe Zuschauer, äh, ich bitte um euer Verständnis, dass wir jetzt doch mal von vorne anfangen. Wir haben ja nicht viel gemacht, also wir hatten ja die, das Häuschen hier nur gebaut, aber, äh, wie gesagt, also das ist definitiv hier zu schwer. Ihr seht ja selber, was hier los ist. Äh. Da kommen wir auf keinen Fall voran mit dem Bauen und, ähm, ich würd schon ganz gerne auch mal so die ganze Architektur und alles, die ganzen Asics und so kennenlernen. Und ich glaub, das ist hier jetzt einfach nicht mehr machbar. Weil ich komm nicht mehr aus dem Flugzeug raus. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Das ist so wirklich so Stealth-Mode, den wir da machen müssen. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Äh, bis denn bei den Förstern. Oh, und weit mein Teil.